Niemand muss in Deutschland kommen, aber diese ununterbraune Entrückung lehnen wir ab, denn Frieden wollen wir, und die Entfernung, das machen wir nicht. Wir mögen ein Zignat, ein Zignat und auf Augenruhe. Und wo sagen, wir gehen hier nicht mit, unser deutsches Volk, unser deutsches Vaterland, ein Forderbeterliches Gericht zu halten, unser feiliges Reich der Zukunft mit den Verantwortlichen an diesen Abort. Wir gehen hier nicht mit, unser deutsches Vaterland! ..."Aaah!"